Oh, ich hab keine Munen mehr. Bin in den Nate gelaufen oder so. Ich bin jetzt ich. What the fuck? Ich bin jetzt ich, bin jetzt mein Gott, du Vogel, Alter. Du dreckiger Kackvogel, ich bin fast tot. Oh Gott, Spieler kommt. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ich hab zwei Spieler. Sind down. Kommt noch einer rein, kommt noch einer rein, gar nicht vor mich. Einer hier am Pkw. Ich bin, ich bin. Hab ihn, drei Kills. Alle down. Alter, ich hab bloß den einen gesehen. Könnt ihr genau hier neben das Haus runtergehen oder was? Bf, ey. Bei dem Wasserturm da. Irgendwie da so die Rechte. Dann gönnt euch mal. Na, halt, die auf die Bunker aufpassen, ne? Oh, Alter. Hol das MG raus, Junge. M24, gönn ich mir. Schüsse. Schuss. Lauf, komm, komm, komm. Nordösten. Da drüben steht er. Das bin ich. Ja, der ist an der kleinen Hütte. Ich guck, dass der uns nicht in den Arsch schießt. Bei mir ist einer. Wtf. Scheiße, ich hab zu spät erwischt. Fehler ist down. Ich hab noch keinen gesehen. Okay. Ich geh zur anderen Flanke nach vorne. Weg. So, hier. Da hinten ist noch eine Kiste mit Airdrop. 2. 2. 2. 3. Schuss auf mich. Lange aber wie hinter uns. Ja, aus Diablos-Richtung. Du bist mitten auf dem Feld. Ja, 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 hier ist einer. Ja. Müsste down sein. Ja, er ist down. Dann steht's unten. Wer ist denn da am Container? Ne, keiner. Mit euch, mit euch. Hallo, schnell, kommt einer her hier. Weska, du bist doch hier in der Nähe. Oh nein, eine Granate, Alter. Krabbel zur anderen Richtung. Zur langen Seite von der Dings. Da kommt Weska grad hin. Hattest du große Sunny-Pack drinne, Gunny? Nein, nur Verbände noch. Ungefähr 15 Stück oder so. Du bist noch ein Stück ein. Da verbindet sich, glaub ich, noch. Du musst laufen, Diablo, wenn die Sonne dich ja beskippst ins Zentrum. Ich weiß noch nicht mal, wo ich hin, ich glaube... Ja, ist richtig, ist richtig, ist richtig. In dem Haus, da, wo du hinrenzt, da ist oben einer drin. Den hab ich gehört. Du bist nicht safe. LOL! Jetzt, jetzt darf das... Ja, jetzt bist du safe. Auto, rechts von euch. Fährt an euch vorbei. Die Zone fickt jetzt richtig rein. Genau über dir liegt der Diablo. Ich will ein Kriechen. Ich würde... Denken ab! Du bist... Du bist nicht... Du bist lowlife, Alter. Hast du nichts mehr, um dich zu verbinden, vorher? Nicht wirklich. Nein, er lenkt ihn ab jetzt gerade. Er lenkt ihn jetzt gerade ab. Ich würde nicht mit Scope rangehen. Also, wenn du jetzt nicht kommst, dann... Da ist er. Da ist er. Link. Ja, ja, da rum. Lull. Du darfst doch nicht allein sein. Nein, der ist der Krieg. Ah! Der kriecht rechts oben auf dem Balkon. Rechts neben dir im... Da oder da. Der ist da. Einer müsste noch auf dem Balkon sein. Kann er sein? Ja. Er kommt. Innen im Haus, glaube ich, kommt da. Ja, ich glaube auch. Da. Oh... Laufen... Licht an dir Oh, ne Oh, ok Direkten Schott, die kriegst du Wer hier drinnen liegt noch alles Ein Hund tot ist er Sniper steht auf dem Berg Oben auf dem Dach Vor euch auf dem Dach mit dem Container Der wartet bis ihr Hier rüber kommt, könnt ihr vergessen Dach mit dem Container? Da wo ich drauf zu krabbel Da ist ein Container auf dem Dach Alter Failout, Diablo hörst du zu? Ja, wolltest du nicht einen Rotpunkt haben? Er looted Oder ein Holo? Alles hier drinnen Mit dem Tank da oben drauf? Ja, der sitzt genau hinter dem Tank Und guckt nach unten Einer muss zu Failout laufen Muss nicht, vielleicht sterbt ihr dann Wir sind hier drinnen Mit dem Tank drauf da Mit dem Runden, oder? Alter Mit dem Tank drauf Ja Da wo ich direkt davor bin Ich nebel, pass auf Der kommt, der guckt, der guckt Der kommt runter Der kommt, der kommt, der kommt Pass auf, der ist hinter der Mauer Ich glaub, er ist wieder ums Haus rumgerannt Er ist glaub ich wieder ums Haus rumgerannt Ne da oben, er verschiebt sich in den Berg Ne da oben, er verschiebt sich in den Berg Er ist hinter dem Baum Muss nachladen Links von uns, links von uns Ja, wir müssen hier weg Der hat Mauer-Durchbruch hinter uns Der hat Mauer-Durchbruch hinter uns Ich bin down Ich bin auch wieder down Alter Schwede Okay Rechts, Maps Komm ins Haus, komm ins Haus rein Ja da, ob der, ob der Seite war oder ob der Seite Die sind überall um die Mauern hier rum Ich kann nur ich sagen Ich kann nur ich sagen Wo einmal Richtung Westen an dem blauen Truck Und der rechts an der Mauer ist Auf 15 Grad Direkt da natürlich Strom Ja, humpelt jetzt auch da gerade draußen rum Einer war hier auf... Da, da ich sehe Und links, links an dem blauen Truck Ganz links an der Mauer war auch noch einer In so einem blauen Eis-Van oder so Ja ich weiß, ich möchte nur hinter die Mauer hier irgendwo Scheiße Dreck Scheiße Dreck Wir schießen uns in den Arsch Schön hoch hinter die Bäumchen Ohohohoho Nee, ich renne ein Stück weiter rechts hin Bist du weiter gelaufen? Ja JALAPENYO! Der hat auf jeden Fall SKS Oder irgendwas richtig hartes hier ne Ein Schuss und mich... Ja keine Ficker, der muss sich gleich aber auch bewegen Die Zone kommt mit mir Geh hoch hinterm Baum und schieß Geh hoch hinterm Baum und schieß Rechts von dir Gatti, rechts von dir! Rechts! Und die Mauer hoch! LOL Was ist denn das? Was ist denn das? Ja los da erstmal schnell nebensammler her, Alter AHHHHH! Noch einer Junge! Ich bin down Benni, du musst auch laufen Ich muss gar nicht laufen Ich will ganz hoch liegen bleiben Ob die viele dann noch kommen Alter! Da waren alle Junge Da gingen die Büchse auf und alle rennen Hahahaha Auto 195 Südwest Kommt auf uns! Du blockst mich schon nicht Hit! Einmal weiter bewegen weiter bewegen Schuss! Hinter uns! Ja ja! Alles gut, ich renne, oder? Hinter den Stein Ich muss Westen Waren Schüsse Er hat Hit am Baum Ich seh ihn nicht mal Flach da oben 285 Gesehen Noch eine Noch zwei unten Zwei auf 300 Grad Unterm Stein Die sind in der Zone Die haben ein Problem Warum liegt hier bei uns ein Smoke? Boah! Alter, ich krieg von allen Seiten Feuer Ich bin zurück hier Uaaah! Jawai, jawai, jawai Jawai, jawai, jawai Jawai, jawai Jawai, jawai Ja, dort muss ich zurückziehen Wir werden hier auch von der Seite angegriffen Ich kann nicht zurück Wer schmeißt denn hier die ganzen Smokes? Dich! Gani, hast du einen großen Großen Pack? Großen nicht, ne? Wenn wir noch ein Stück weiter laufen Da unten ist Tower Ja, lass uns Lass kommen Ich bin mir nicht sicher, ob jemand drin ist, weil da eine Karte steht Der Tower ist relativ mittig, ne? Mit den Overn könnten wir das super Na ja Da können sie reinschmeißen Da ist oder wo jemand drin Ich würde aber unten rein gehen Smoke? Smoke? Auf der Rückseite? Hier stehen zwei Karten Unten rein Oder? Oben, Alter Oben liegt da einer Ich bin unten drin Ich brauche eine Nate hier oben Ich habe keine Nades Doch, ich habe eine Warte, warte, ich habe eine Was? Ich habe einen Molotow Aber ich weiß nicht, ob du die durch die Fensterscheibe gehst Nein! Einer ist fast da bei mir Da kommen welche von hinten Bei euch Ja, die kommen jetzt ja überall lang Das ist jetzt gerade tot Für uns hier Lass uns hier unten mal nicht bewegen, großartig Ja, aber Großdeckung habe ich hier nicht Wo ich mich verstecken könnte Mich nicht sehen Versteh mal Der legt dich hin Du kannst dich doch vor dir unter die Fenster legen Von da, wo du gerade rausguckst, können sie nicht reinschießen Das ist richtig Die werden oben gerusht, oder? Das Einzige, was wir hier haben müssen, ist einfach nur die Tür Wenn man wegkommt, wäre nicht Ja, und da kommt eine Granate hier rein und sind wir weg, Alter Ja Ja Ganni, du hast doch die Tür im Blick, ja? Mhm So Oh kacke Oh kacke Oh kacke, der kleine Ring ist außerhalb Wie die Zonic gleich einen abgezogen hat, ey Wir sind denn da oben drinnen? Ich sag jetzt nicht, da sind fünf Leute drinnen Nee Von draußen schießt ihr auch noch Außen rennt jetzt einer bei euch Der kommt, glaub, rein Krabbelt Krabbelt In 25 Sekunden seid ihr tot Die rennen aber auch Und wenn die zu... Das wär Die lassen euch verrecken, die rennen weiter Die lassen euch verrecken, die rennen weiter Nee, die warten vor dem Loch, oder? Die warten vor der Tür Da sind wir... Der Stein vor dir Schießt her, Blöck Leute, ihr müsst raus, die Zone kommt Der schmeißt den Pollertorf, weißt du? Er spürt gerade ohne Fuck Zweiter Platz Ich war da mal die letzten two people